Ich habe mit so einem Kumpel eine Diskussion. Für den ist der nächste Tag immer erst dann, wenn er schlafen gegangen ist. Ich habe aber gesagt, das ist Quatsch. Nach 0 Uhr ist es der nächste Tag. Nein, wenn ich nicht geschlafen habe, ist der Tag auch nicht vorbei. Gut, mach einen Tag durch. Freitag auf Samstag. Dann ist immer noch Freitag, wenn du schlafen gehst. So, ein Tag länger Wochenende. Nach seiner Logik? Hey, komm mal her. Zeig mir mal deine Ware. So, ich habe ein bisschen was für dich. Bitteschön, das Fleisch. Leder behalte ich mal. Danke, Föhn. Mach mich nicht so blöd an, sonst endest du als Weihnachtsbrat. Zählt der Mittagsschlaf nicht mit? Oh, das ist gut. Das habe ich in die Diskussion noch gar nicht reingebracht. Das ist gut. Der hält nämlich Mittagsschlaf. Oh, das ist gut. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich neues Material für die Diskussion. Ja, es ist was drin. Wir haben einen Hasen gefangen. Geil. Das heißt, sobald ich den jetzt habe, neues Gebäude. Bäm, Jagdhütte. Geil. Rundholt brauchen wir sechs. Alles klar. So, wie geht's dir? Immer noch auf dem Bein oder sehr früh auf den Beinen? Also bei mir ist es immer noch. Gerne. Ich spiele das jetzt erst seit drei Stunden und 48 Minuten. Also ich bin da noch ganz neu. Wenn ich gewusst hätte, dass ich ein Dorf bauen kann, hätte ich meine Hütte auch ein bisschen anders gebaut. Sechs Bauholz brauche ich, alles klar. Ja, leid fliegen. Ey, Manu. Also, freut mich. Freut mich, dass du ein bisschen schlafen konntest. Ich bin die ganze Zeit wach. Wenn du die Tiere mit Kopfschuss erlegst, fallen sie schneller. Ah, ich habe leider noch... Ich habe zwar einen Bogen, aber ich hatte nur zwei Pfeile. Die habe ich verballert. Jetzt bin ich mit Speer durch die Wildnis gerannt. Ich bin mit Speer durch die Wildnis gerannt. Geht's dir ein bisschen besser, Manu? Bisschen Kraft tanken. Ach, verdammt, wo hat denn das Holz jetzt gelegen? Na, egal, ich habe es. Äh, nein. Landwirtschaft überleben. Hä? Oh, shit, ich habe jetzt einen Rundholz verballert. Mist. Mist. Ach, toll. Na ja, Manu, dann weiterhin gute Besserung. Dass du da auch ganz wieder gesund wirst. Und halber Hirn. Ich kann das Spiel echt empfehlen. Mir macht... Also, es macht echt Spaß. Ich bin mal gespannt, was da mal noch alles dazukommt. Also, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was auch dazukommt. Weil das hat echt viel Potenzial. Alter, ich will die... Hallo? Aber ich hätte mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen sollen am Anfang. Dann, wie gesagt, dann hätte ich ein paar Gebäude anders gesetzt. Bitte, bitte, Manu. Oh, ist noch der Hammer kaputt, der. So, jetzt reicht es, ich gepenn. Rundholz und Stockfeld, okay. Hast du auch einen Tipp, was Beziehungen angeht, halbe Hirn? Das halbe, das halbe Hirn. Halbes Hirn, so, verdammt nochmal. Weil ich habe da eine Partnerin, oder beziehungsweise ich bin da gerade dran, aber ich habe das Diplomatiesystem noch nicht so ganz gecheckt. Also, kann ich irgendwie erkennen, was eine gute Antwort ist, ohne, naja, gut zu raten und dann einfach durch ein paar Mal schlechtes Raten wieder abzukacken? Oh, wirklich? Ich habe so ein bisschen was von dem Spiel mitbekommen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, und, oh, da freue ich mich jetzt tierisch drauf. Äh, hätte ich es gewusst, hätte ich mir schon ein bisschen früher gekauft. Aber so, ich habe das so ein bisschen am Rand mitbekommen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, was könnte ich denn mal nochmal bringen, neues, aktuelles? Hm, ja, komm. Sieht ganz nice aus, ich habe viel Gutes davon gehört. Nehme ich. Ja, mit dem Ansehen so ein bisschen... Wenn mein allgemeines Ansehen steigt, reden die Leute eher mit mir. Ja, das, das habe ich jetzt schon. Ja, das habe ich jetzt schon. Ach, was soll schon schiefgehen, ein paar Pilser. Komm schon. Ein paar Pilser haben noch niemandem geschadet. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber so eine Flechtwand habe ich tatsächlich auch mal selbst gebaut. Damals Schulprojekt. Klassenlehrer war total geschichtsversessen und hat, ähm, bei uns in der Nähe ist so ein Römerkulturpark. Oder wo ich damals gewohnt habe, war einer in der Nähe, sagen wir es mal so, bei Rheinheim. Das war die, äh, gallo-römische Fürstin. Da haben wir so ein Keltendorf gebaut. Und die haben das damals genau so gemacht, unter anderem. Das hat mir dann natürlich nachgebaut. Meine Fresse ist das eine Arbeit gewesen. Grundholz. Ich mag keinen Pils, bin Anti-Alkoholiker. Oh Gott. Oh Gott, der Spruch tut schon weh. Ah, den spüre ich, den spüre ich bis hier auf meine frische Platzwunde. Ah. Help me. I'm down. und Ah, Pilz ab und zu schon kommt auf ein was für eine Art, also Chitake mag ich, den mag ich sehr und Fieberlinge, muss ich sagen, Champignons kannst du mich jagen, Thomas, WB, Mein Gott, jetzt kommen die ganzen Promis wieder so so So, wo habe ich jetzt das Holz wieder hingelegt, ja? Ah! Okay, vielen Dank fürs Follow! Thank you! Tut mir leid, ich kann den Namen ganz aussprechen, das kriege ich nicht und da bin ich zu doof dafür. Oder es ist zu spät dafür. Mein Gott! Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen, hab nichts mehr. Ich habe einen Zweig gesammelt und bin jetzt Überlebensmeister. Ja! Jagdhütter ist fertig. Stimmt, mit Religion hatte ich bisher noch gar nichts zu tun. Das mit dem Dorf, das müsste man ein bisschen früher, finde ich, gesagt kriegen. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier die ersten Gebäude gebaut und ich bin keiner, der dann an 10 Stellen wieder neue anfängt zu bauen. Da fehlt mir die Geduld dafür. Ja. 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 Schau mal her. halbes hirn wachsen die bäume eigentlich irgendwann mal nach das sagt jetzt wirklich dann muss ich mich entschuldigen dann habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt dann habe ich es nur nicht mitgekriegt da muss ich ja echt aufpassen wie ich haushalte mit den bäumen kann ich da schlecht alle werfen so jetzt mal gucken ich habe ein paar fähigkeitspunkte was ist denn das eigentlich das habe ich auch nicht so ganz verstanden plus ein mehr skill punkt aus crafting also jetzt okay nein ich habe es verstanden ich habe es verstanden jetzt habe ich verstanden jetzt habe ich verstanden die musik passt absolut nicht so total episch und ich brauche eigentlich nur ein haus doch einer eine mission für mich ja komm ein paar ressourcen kann ich dir kann ich dir schon helfen was ist denn das was braucht vier rundholz 19 stöcker krieg ich hin stecker stöcke 19 stöcker ach guck mal baum gefällt und vergessen 13 stöcke habe ich 18 stöcke ja ja ich So, jetzt muss ich mir mal wirklich... Die stehen seit zwei Monaten... Nein, Entschuldigung, nicht zwei Monaten. Seit zwei Jahreszeiten stehen die im Wasser. Oh, verdammt. Ich wollte mir eigentlich was essen holen. Äh, egal. In der Zeit werde ich nicht verhungern. Hoff ich. So, wo ist denn die Dame meines Herzens? So, wo ist denn die Dame? Ja, der Stammbaum ist ein Kreis. Ja, endlich. Okay. Du siehst stark wie ein Wildschwein aus. Welche Frau würde sich über dieses Kompliment nicht freuen? Gut, Zuneigung steigt immerhin. Naja, ich will mal ganz kurz was zu trinken holen. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte was? Es gibt Leute, die sich über den Vergleich mit dem Wildschwein freuen. Ich habe mir jetzt auch mal was Gemütliches angezogen. Und ich habe vergessen, das Spiel zu pausieren. Super. Alles klar. Gibt eben nichts, was es nicht gibt. Manu, was steht denn heute bei dir an? 3% mehr zu neigen hier. Was mache ich das nächste Mal, wenn ich auf Brautschau bin? Ey Baby, du siehst aus wie ein Wasserschwein. Ich gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist. Oh. 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 Und Thomas, was steht bei dir an? Fall benötigt, verdammt. Stock und Stroh, ich glaub's ja nicht eher. Das klingt wie ein Fluch. Stock und Stroh, verdammt. Das klingt wie eine Flur im Schiff. Das klingt wie eine Flur im Schiff. Oh yeah. Ja, ich drück mal die Daumen, dass es ein bisschen wenigstens was zu retten gibt. Ha! Danke für den Tipp. Ich hab die ganze Zeit zwei Sperre gebraucht. Wir nehmen jetzt einen Sperre. Soermaßenblüsse. Launy, die wir zu lösen, weil wir nicht dartsgarten. Soermaßenblüben und sofern wir ein und sofern wirftigen. Soermaßenblüben und sofern wirft durch das Blühen. Soermaßenblüben. Soermaßenblüben. Soermaßenblüben und sofern. Okay. Ach ja. Hey, ich habe Fleisch gebraten. Ich glaube, ich baue mir eine Näherei. Hey, wer kommt nicht auf solche Gedankengänge? Ach, shit, ey. Ah, okay. Ich muss also nicht jedes Mal ein Feuer machen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das halbe Gehirn übernimmt bei mir die Aufgabe des ganzen Gehirns und leidet mich im Spiel an. Kann man machen. Was? Verdammt, mein Gehirn hat sich abgeschaltet. Ah, verdammt, ich brauche eine neue Axt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Follow und auch vielen, vielen lieben Dank für deine Tipps. Bis zum nächsten Mal. Na, Eco-Shooter haben wir auch manchmal. Also wir haben eigentlich alles Mischmasch, aber Eco-Shooter sind selten. Also wir betreiben den Kanal mit drei, also wir sind zu dritt. Ich bin für Rollenspiele, Strategiespiele hauptsächlich da, auch für andere, aber das sind so meine Schwerpunkte oder sowas, Survival Games. Dann haben wir den Paul, der macht hauptsächlich die Nintendo und die Sportspiele, auch Rennspiele und so ein Kram. Und den Dennis. Und Dennis übernimmt halt meist den Shooter-Part. Oder Pokémon. Also wir haben eigentlich so alles dabei. Ja, ich wäre schneller, wenn ich die Hälfte runtergeworfen hätte. Naja. Äh. 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 So und jetzt heißt es wieder rausfinden, wo das scheiß Holz gelegen hat. Na toll, jetzt habe ich trotzdem noch einen Baum füllen, das wäre ein einziges Stück. Na ja, Aufbau haben wir auch viel. Na was heißt viel, haben wir auch immer wieder mal. Also wenn nicht bin ich ein großer Fan davon, falls du das kennst. Aufbau-Strategie-Spiel auch mit Survival-Elementen. Endzone, the world appeared. Nein, eigentlich ist es furchtbar. Dragon Crisp Builders 2. Wobei ich da mal weiter machen muss. So, Ressourcenlage abgeschlossen, super. Ja, wir sehen uns immer noch einmal. A bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns mal wieder.